Aber Doppelstock ist ein ganz großer Bus, oder? Ein roter Doppelstockbus. Ja, die ist groß aus. Da musst du oben gucken und essen. Oma hat gekauft. Ja! Und du musst gucken, was das ist. Ja, dann musst du mal gucken. Da komm komm, sag Oma. Sag Kunja. Ja, Kunja. Sag Kunja. Oma Deutschland ist Kunja. Und Oma Thailand ist Kunja. Kunja. Das Kunja ist gut gemacht, Felix. Das ist Doppelstock. Ist das ein Doppelstockbus? Das ist ein Doppelstockbus. Das ist ein Doppelstockbus. Wow. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Dass du hier heute alles bekommst. Ja. Was noch? Guck was das ist. Ja, was ist denn das? Das ist was anderes. Das ist das. Was? Oh! Hier ist noch eine Karte. Karte? Guck mal, du hast was zum Anziehen bekommen, glaube ich. Und noch ein Schenk. Guck mal. Oh, das ist 110. Das ist also schon richtig groß. Das musste noch rein wachsen. Das war ja nicht. Ein bisschen groß. YaUD. Ja, ich gucke mal.